Hallo meine lieben Freunde! Eure Stormi wieder hierher. Es ist verdammt lange her. Verdammt lange. 7-8 Monate waren es jetzt denke ich, wo ich kein Video hochgeladen habe. Dafür möchte ich mich bitte, 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 ich bitte so sehr um Verzeihung wirklich an die, die mich vermisst haben. Ich hoffe, das Video sieht noch irgendjemand nach dieser doch sehr langen Zeit. Ich hatte auch privat einiges zu klären. Tatsächlich war ich so ein bisschen unzufrieden mit dem, was ich auf YouTube gepostet habe. Man merkt, dass ich lange Zeit keine Motivation hatte, ein Video hochzuladen und mit neuer Arbeit alles klären und so weiter. Noch dazu kam, dass ich jetzt nach Kind 2, man sieht es wahrscheinlich schon ein bisschen an meinen Fingern, Neurodermitis bekommen habe. Leider. Es hat alles so ein bisschen dazu geführt, dass so allgemein Social Media, egal ob es jetzt TikTok oder YouTube war, dass das alles so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Aber hey, jetzt bin ich wieder hier. Ich habe, wie wahrscheinlich schon unschwer zu erkennen ist, viel zu erzählen. Das heißt, viel zu erzählen, so viel ist jetzt einfach auch nicht. Aber auf jeden Fall zwei Sachen, die ich euch erzählen möchte. Ja, und ich freue mich schon drauf. Auch auf dieses Comeback. Und ich hoffe, ich habe jetzt wieder die Motivation, mehr Motivation und die Inspiration, Videos zu drehen, sie hochzuladen und ich freue mich irgendwie drauf. Also, es bleibt Bonnage.